So ihr Lieben, herzlich willkommen bei Minga Gaming auf unserem Gaming-Kanal rund um aktuellem Gaming, rund um die PlayStation 4 und das ein oder andere PC-Spiel dann auch in Zukunft. So, ich möchte euch hier dann auch gleichzeitig mal ein neues Kanalformat vorstellen, nämlich das sind unsere Kanal-News, in denen wir euch über Neuerungen auf dem Kanal informieren möchten, welchen Rhythmus das dann haben wird. Das wird man in Zukunft sehen, ich kann mir sicherlich einmal im Monat als sinnvoll vorstellen. Fangen wir gleich mal an und zwar mit einem Gaming-Neuzugang ab dem 13.03.2020 findet ihr auf unserem Kanal das Baseballspiel MLB The Show 20. Ich werde euch hier umfangreiche Videos anbieten in Form von diversen Previews zu den ganzen Spielmodi, dann wird es einen umfangreichen Test geben und ich habe richtig Bock drauf, dieses Jahr mal den Franchise-Modus auszuprobieren und ihn in Form eines Let's Plays und mit Livestreams auf dem Kanal dann auch entsprechend zu begleiten. MLB The Show ist ja eine PS4-exklusive Baseball-Reihe seit etlichen Jahren mittlerweile und ich habe auf meinem anderen Kanal von Minga Sports noch den Test zu MLB The Show 19 drauf. Das ist mein dort erfolgreichster Test im Übrigen, was Gaming angeht bzw. was, ja klar, was Sportspiele angeht. Ich glaube, als ich das letzte Mal reingeschaut habe, waren das irgendwo zwischen 6.500 und 7.000 Views. Das macht mich schon ein bisschen stolz, denn das Spiel ist ja nach wie vor leider ein Exot in Deutschland unter den Sportspielen, obwohl es eins der besten, wenn nicht sogar qualitativ das beste Spiel ist. Wie gesagt, mein ganzes Sportsgaming habe ich ja ohnehin jetzt ab März 2020 auf diesen Kanal quasi übernommen. So, dann kommen wir auch schon zu PES 2020. Das ist natürlich jetzt kein komplett neues Spiel, aber ab März 2020 führe ich das ganze Gaming rund um dieses Spiel, was ich auf Minga Sports vorher hatte, auf Minga Gaming jetzt weiter. Unter anderem PES 2020 Prognosen, das heißt, ich spiele echte Matches nach, egal ob Champions League, Bundesliga oder DFB-Pokal beispielsweise. Dann gibt es jede Menge Tutorials und Patches. Dann findet ihr noch die Meisterliga mit dem FC Bayern ab Saison 2 dann hier. Die anderen Videos habe ich noch von Minga Sports in der entsprechenden Playlist hier mitvermerkt. Wer sich da mal anschauen will, wen ich, wann zum Beispiel getradet habe oder wie ich den Kader geändert habe, wie ich da gespielt habe und so weiter, der kann mal in ältere Folgen reinschauen. Außerdem gibt es noch den MyClub-Modus in Form von Let's Plays und Livestreams. Also, das waren unsere ersten Kanal-News. Ich hoffe, euch gefällt das neue Format. Schreibt doch mal rein, was ihr davon haltet, ist die erste Folge gelungen oder nicht. Ansonsten viel Spaß weiterhin auf unserem Kanal. Ciao und Servus bei Minga Gaming.